In diesem Video geht es um die besten Spülmaschinentabs. Der Qualitätssieger in unserem Spülmaschinentab-Test geht an den 500 Stück alles in einem Paket. Der Reiniger hat beim maschinellen Spülen mehrere Aufgaben zu erfüllen. Speisereste lösen, Schmutz im Spülwasser binden, Kalkablagerungen verhindern und gleichzeitig das Spülgut schonen. Dabei muss das Ergebnis immer optimal sein unabhängig vom gespülten Material oder Verschmutzungsgrad. Mit dem Reiniger können Sie sicher sein, dass Ihr Geschirr stets perfekt strahlend sauber und glänzend wird. Tablette enthält aktiv Einweichstoffe, die selbst angetrocknete Speisereste aufweichen und so helfen, diese zuverlässig zu entfernen ganz ohne Einweichen von Hand. Auch hartnäckige Flecken, einschließlich Kaffee und Tee werden zuverlässig entfernt. Die eingebaute Klarspül- und Salzfunktion spült alle Rückstände ab und löst Flecken und Belege für strahlend sauberes Geschirr. Tablette enthält kraftvolle Inhaltsstoffe, die auch die hartnäckigsten Flecken wie Kaffee und Tee entfernen, und spült Ihr Geschirr und Ihre Gläser strahlend sauber. Jeder Inhaltsstoff ist mit seinem international anerkannten Namen der INCI gekennzeichnet. Dies beweist hohe Qualität. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Somat Classic Tabelle. Somat Classic eignet sich ideal für die tägliche Reinigung von Geschirr und sorgt für ein brillantes Reinigungsergebnis. Tee- und Kaffeeflecken sind oft nur sehr schwer zu entfernen. Dank der Extra-Kraft von Somat Classic stellen aber selbst diese hartnäckigsten Flecken kein Problem mehr dar. Außerdem schützt die selbstaktive Formel der Geschirrspül-Tabs ihre Gläser vor Glaskorrosion und sorgt für strahlenden Glanz. Die Spül-Tabs sind schnell auflösend und sorgen somit auch für Tiefenreinigung im Kurzprogramme. Das brillante Reinigungsergebnis wird schon ab 45 Grad erreicht und hilft somit die Umwelt zu schonen. Für ein ideales Spülergebnis sollte zusätzlich Somat Spezial Salz und Somat Klarspüler verwendet werden. Gemäß der gesetzlichen Bestimmungen ist das Somat Phosphat frei. Nehmen Sie einfach einen Tab aus der Verpackung, entfernen Sie die recycelbare Hülle und legen Sie den Tab direkt in die Dosierkammer der Maschine. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Spülmaschinen-Tab-Test ist die Finish Quantum Technologie Tabelle. Kraftvoll gegen Fett, Eingebranntes und andere Anschmutzungen mit den leistungsfähigsten Multifunktionstabs von Finish ist kein Vorspülen nötig. Die Finish Quantum Tabs begeistern mit Dreikammern gegen schmutziges Geschirr, Pulver gegen eingetrocknetes, Gel gegen Fettanschmutzungen und flüssiger Powerball für besten Finishglanz. Dank Thermoforming-Technologie löst sich der Spülmaschinen-Tab in Sekundenschnelle auf für Spülgänge ohne Reiniger-Rückstände mit Glanztechnologie, Glasschutz, Klarspüler und Salzfunktion. Finish ist der weltweite Marktführer für Maschinengeschirr-Spülmittel und blickt auf eine lange Tradition und eine Reihe von Innovationen zurück. Finish hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen zu strahlend sauberem Geschirr zu verhelfen und wird heute in über 40 Ländern der Welt verkauft. Finish ist die von führenden Geschirrspülmaschinenherstellern am häufigsten empfohlene Marke. Falls dir das Video gefallen hat würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.